Okay, und damit sind wir vielleicht zum letzten oder auch vorletzten Stardew Valley Stream, wie es aussieht. Wir haben nicht mehr viel zu tun, abgesehen von Geldgrinden. Sehr glücklich, okay. Das heißt Schädelhöhle wahrscheinlich. Wie sieht es Geburtstagstechnisch aus? Okay, Hasbando hat, äh, wie war morgen? Demetrius interessiert uns nicht, Zwerg interessiert uns nicht. Willi und Leo sind wichtig für uns. So, die hier werden am 19. fertig sein. Wow, Standarddünger. Ich dachte, du bist die Woche beschäftigt. Ähm, nee, Dienstag bin ich noch hier, also heute. Nur der, äh, den Rest der Woche bin ich halt nicht da, also ab Donnerstagmorgen. So, pass auf, ich hab tatsächlich gestern noch geschaut, ob wir eine Gewürzbeere holen müssen, also nochmal ziehen müssen, weil wir hatten ja eine für den Stardrop, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob wir auch eine verschifft haben. Aber ansonsten, es sind nur noch sechs Items, die wir verschiffen müssen. Die Teeblätter, der grüne Tee, also die gehören ja auch zusammen, die Feenrose. Die habe ich, meine ich, auch schon gesetzt. Großes weißes Ei. Das Straußenei. Und das helle Bier. Und dann müssen wir noch ein paar Sachen kochen und der Rest ist eigentlich einfach nur Geld. Und wir müssen halt noch die, äh, die Dings grinden, die Dinos. Oh, so viel, der Trüffel. Wann sind die soweit? Komplette Abdenkseins, dann ist Niederjahreszeit. Okay. Okay. Das ist halt aber auch dann eigentlich nur noch Warten. So, hatten wir nicht sogar schon ein helles Bier angesetzt? Okay, der will sogar direkt, der braucht die Preise, wären direkt für vier Sachen und die Blau, wären direkt für zwei. Okay. Aber erstmal Skeletthöhle. Beziehungsweise Schädelhöhle. Verdammt, kaum haben sie die Übersetzung korrigiert, bin ich immer noch bei, äh, bei Skeletthöhle. Und theoretisch müssten wir eigentlich auch noch auf die Ingwerinsel gemusst, für, ähm, wir brauchen hier immer noch die, äh, die, äh, Schlangenwirbelsäule, die zweite. Wie viele Kaktusfrüchte haben wir noch? Acht. Äh, welcher, das ist Montag? Ich glaube, Montags ist nicht, äh, ich glaube, Dienstags ist der Handel für Jade richtig. Jo. Mensch, eine Torte. Soll ich sogar zwei Torten? Wir haben uns heute eine Mod gesehen, ich glaube, Margo hieß die, also das war die Abkürzung. Die, ich habe ja einige Changes angesprochen, zum Beispiel, dass man, äh, die Adelsern-Geschichte, dass die nicht einfach nur die, äh, die, äh, Sachen teurer macht, sondern einfach sagt, hier, wenn du höherwertige, äh, Zutaten reinballerst, dann können da auch höherwertige Endprodukte rauskommen. Und diese Mod macht halt unter anderem genau das. Und ich denke mir so, okay, zwei dumme, ein Gedanke. Also wenn es nicht zu spät im Playproof wäre, und ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, die mittendrin zu installieren, aber sonst hätte ich das vielleicht sogar gemacht. Und was sie hat, ist eine Prestige-Mechanik für die, äh, ganzen Skills. Das heißt, dann hört da die Progression auch nicht auf. Warte, wir brauchen auch noch den Monster-Moschus. Falls wir so einen prähistorischen, äh, Level finden, müssen wir auch gucken, dass wir möglichst viele von den Dinos haben. Komm schon. Das ist aber auch gerade nicht normal. Endlich. Dieses Gebiet ist zwar so, aber es ist kein prähistorischer Ort, richtig. Das heißt... Wir craften mal kurz eine Treppe. Okay. Das heißt, wenn man auch... Wir machen das Chaos-Moschus, aber... Moment, Affi ist ausgelaufen. Mein Smart Hongkies wird jetzt wieder zurückgestört. Oh. 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 Wow, danke. Ich weiß nicht, ein Autopetta wäre gut gewesen, aber nein. Gib mir halt nicht das, was ich will und das, was ich brauche. Okay, das war einfach nicht so anders. Okay. 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 Danke, Spiel. Danke für nichts. eine gute prismatische scherbe kann damit jetzt auch nicht mehr anfangen eigentlich ach du scheiße ja das stimmt schon also beim longplay wurde es aber auch irgendwann ein bisschen unübersichtlich mit den chatnachrichten wollen wir ja auch irgendwie immer gefühlt alle die gleichen farben haben okay Das war's für heute. Das war's für heute. wie war das zwei prozent chance auf wow wir haben jetzt sogar mal einen dino der monster muschus wirkt doch noch ist das jetzt nur einer werden nicht verdoppelt also werde ich protektor of the valley aber nie bringt der monster muschus bringt er überhaupt was so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Du bist jetzt red! Okay, ein Dino. Ein Dino. Also es scheint nicht so, als würde Monster-Moschus bei den Dinos was bringen. Und wenn das bei den Prehistoric Floors genauso ist, dann brauche ich das Zeug ja gar nichts für nutzen. Aber danach ist die Reise hier auch generell nur schwerer. Noch ein Dino. Okay, gut. Es scheint aber, dass die häufiger werden jetzt. Ich glaube, wir müssen hier echt mal mit Treppen rein. Oh, stimmt, wir müssen auch bei Mr. Key mal schauen. Ich glaube, wir müssen hier jetzt aufhören. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein! Shit! Okay, nope. Das, äh, dass ich so nicht stehe. Ich sollte vielleicht die Bomben aus der Hotbar nehmen. So, dann haben wir das Monsterfleisch hier. So, bumm. So, jetzt nochmal. Und das Haus für Pam müsste auch fertig sein. Wo ist das? Helik. Ligilipp. Höss. So, jetzt wäre die Notenf绵 kasih. Hier ist das Hemer Neutral. Schließen die Hand. Es geht bis einfach und braucht einen News plot. Scheiß, lol. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin mal gespannt, ob wir Perfektion erreichen, bevor uns der Kaffee ausgeht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das Ding ist ohne Essen oder Trinken ist halt schon fies So, was fehlt uns noch beim Kochen? Blaubeertörtchen, Zucker, Tierprodukt, Weizenmehl, müssten wir eigentlich alles haben, genau Super Mahlzeit, Artischocke, Senfkohle und Preiselbeere, müssten wir eigentlich auch alles haben Super Mahlzeit, jawohl Preiselbeersauce Füllung So, das sind die beiden Rezepte, die wir noch von Leo und von Gas bekommen Obstsalat, Aprikose, Blaubeere, Melone Beisebeersüßigkeit Und Hummerbisk Hummer und Tierprodukt Müssten wir doch eigentlich auch haben Wieso haben wir keinen Hummer? Das ist, äh Ich bin ja ziemlich sicher, dass wir Hummer haben Wir haben noch extra welchen aus den Crabpots gefangen So, dann müssen wir nochmal die, äh Die Crabpots nochmal bemühen Weil dann fehlen uns nur noch drei Gerichte und fünf, äh, Sachen zum, äh Äh, zum, äh, Verschiffen Schönen Wow, jede Menge shit. Wow, jede Menge shit. So, das wird eigentlich total unnötig, weil ich jetzt eh schlafen gehe. Direkt nachdem ich einen dreifachen Espresso getrunken habe, wohlgemerkt, weil das funktioniert so schön. Die Geister sind heute genervt. So, warte, Sam hat heute Geburtstag, ne, oder wie war das? Genau. Oh. So, die meisten sind schon mal wieder synchron. So. 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 Gar nichts macht der hier für mich. So. Das war's für heute. So, wir müssen einmal zum, also wir können, bei Willy können wir ja auch die Köder kaufen, wenn nötig. Warte mal, wenn sie mir seine Zwangswerke verpacken, dass Leder ein Passwort geknackt hat. Äh, ja, creative, wir haben, äh, potenziell auch schon Vertretung für dich. So, wir müssen jetzt die Zwangswerke verpacken. Ja, soll ich bitte vertreten. Also Rimo könnte es bestimmt. Hat es keine Zeit dafür. Schade. So viel Kohle haben wir inzwischen. Sehr viel. So viel Kohle haben wir. So. Willy, Günther, Clint. Leo hängt bei sich zu Hause rum. Ja, okay. Wir kriegen ihn heute noch auf Stufe 7. Das ist sehr gut, weil ab Stufe 7 kann er uns das Rezept für den Straußeninkubator schicken. Wieso willst du eine Verretung? Ich bin doch da. Ja, aber... Moment. Moment. Du hast mir zwar geschrieben, dass dir dein Handy nicht abgenommen wurde, aber du hast auch geschrieben, dass du keinen WLAN hast, also... Dementsprechend ist halt die, äh, ist halt wahnsinnig. Frag dich, ob du beim Stream dabei sein kannst. Ja, ich will die Mango nicht essen. Wo ist Leo? Wo ist Leo? Okay, weil er ein ist im Zelt. Warte. Es gibt doch WLAN. Es wäre auch schlechter Service, wenn nicht. Also, wo habe ich die... ? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mango-Klebreis So, dann dürfen jetzt nur noch zwei Rezepte fehlen So, Tropische Bananas, Kokosnuss und Peperoni müsste ich ja haben So, dann dürfen jetzt noch nie ein paar Jahre weiter Und dann können jetzt noch zwei Rezepte fehlen So, dann dürfen sie die jäuble Untertitelung des ZDF, 2020 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 기를 Nigel, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Narratócone, Mohammedaner, sägacerf, 2021 Zehn Iridium-Bahn und zehn Erdkristalle. Okay, das haben wir auch. Ja, wo bauen wir das denn mal? Dann holen wir nämlich gerade noch die Erdkristalle und das Rhyde und da bauen wir nämlich auch den Berg-Obelisten mal eben. Mein Patreon sind sehr spannende Sachen. Aha, und was für Sachen? Drei Treibhölzer. Na, wenn ich die jetzt in den letzten Tagen nicht die ganze Zeit weggeschmissen hätte. Warte doch mal. Nee. Kein Bock. Von jedem Mini-Teleport müsste ich auch mal einsetzen. Frag ich eigentlich noch die Totems mit mir rum? Nee, nur das Füllenhof. Kein Bock. So, ich frag dich ja, was die Leute denken, wenn du hier aus der Stadt, wenn du auf meine Farm kommst und einfach diese magischen Obelisken da stehen... Moment, Sternfurt ist in drei Stunden durch... So, Gas ist nicht hier. Sommer 19, okay, morgen ist ja auch Sternfrucht. Ne, morgen ist Sternfruchternte, dann muss ich das auch jetzt nicht gleich auffüllen. So, ich bin jetzt hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Ich war nur auf unverdächtigen Seiten. Aber Quete, es warten doch heiße Singles aus deiner Umgebung nur darauf, dich zu treffen. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber hier gibt's auf der Ingwerinsel Krähen. Wir müssen ja auf keine... Okay, ich würde behaupten, auf Ginger Island gibt es keine Krähen, wenn die bis jetzt noch auf keine Krähen getroffen sind. Das war's für heute. Ich geh mal zum Urstand und so über ein Urhalten früchten. Ja, sollte man ja auch. Das war's für heute. Das war's für heute. Kann jetzt bitte hier mal Dings kommen? Also Hummer. 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 Müssen wir kurz rüder machen. Die Wurzeln ist im Bereich der Abmütung. Sie haben das Geburtsdauer mit einem Aufschrauben, die wir abgültigen. Ich habe mich so viele Abmütung bekommen. Ich habe das Geburtsdauer in der Abmütung. Ich habe das Geburtsdauer in der Abmütung. Warte, wir haben noch Iridium geschmolzen, das können wir auch noch verticken. Warte, 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 warte. Es ist ein Junge, oh ja, wir hatten letztes Mal noch was überlegt, wie wir es Kind nennen. Was schlägt denn hier? Was zum Fick schlägt der hier für einen Namen vor? Montecor. Montecor. Ah, es gibt einige Namen, die ich schön finde. Das ist ein Vorteil aus dem Erzieherberuf, man kriegt viele Namen mit. Ich meine zum Teil auch Namen, wo man sich denkt, wie zum Fick kann man sein Kind so nennen, aber... Huch! Ach, jetzt haben wir schon wieder eine Cutscene hier. Ich habe die beiden Namen jetzt gerade nicht gesehen, aber ich habe auch ziemlich schnell geklickt. sehr geehrter Sam. Kein Nachname. Die glückliche Junimo Show. Ja, die Junimus sind cool. Wir haben Junimus-Klaven auf dem Hof. Sam. Also wirklich. Hallo, mein Name ist Porn und ich hatte ein Mobbing-Problem. So, was ich aber eigentlich wissen wollte ist, wie unser Glück heute aussieht. Wir sind gut drauf. Okay, das heißt Schädelhöhle. Aber erst müssen wir gucken, ob wir endlich die Schlangengeschichte kriegen. Du musst so aufpassen, dass ich nicht lauter lache, als mein Zimmergenosse schnarcht. Ja, ich glaube, das ist... ...uncool. 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 Ja, das ist es halt. Auch wenn du eine Kinderserie machst, heißt das ja nicht, dass du das komplett anspruchslos machen musst. ...undalschereckere, die sind ziemlich gut, ohne was sehr gut. ...undalschereckere, die sind sehr gut. ...undalschereckere. ...undalschereckere, die sind sehr gut. Untertitelung. BR 2018 Wow, wir könnten einen grünen Turban haben. Und was in der Position? Oh, warte, er sperrt sogar mein Essen. Okay, dann können wir gar nicht in die Schädelhöhle. Dann müssen wir es morgen machen. Untertitelung. BR 2018 Wir sind heute neutral. Ja, das wird reichen müssen. So, wahrscheinlich habe ich gestern verpasst, dass Gas hier war. Wann ist Gas? Man hängt ja auf Ginger Island rum. Bin ich jetzt total bescheuert? Und kochen. Mir fehlt noch dieses Rezept. Tropical Curry Ginger Island Resort für 2000 Ich wette, er geht genau heute. Will er da, äh, kommt er da hin. Corazier So, kochen Schacht Das ist aber nichts. Ist wahrscheinlich nicht das, äh, das Verrückteste, was, was sie lesen würden, also... Komm schon, gib mir Köder. Willi! Ich wäre jetzt eigentlich schon fast schneller, wenn ich den ganzen Weg zurücklaufen würde, zur Farm. Ganz ehrlich? Ja. Das war's für heute. So, hier sind nochmal drei Jade. So, pass auf. Wir nehmen den Grabenkuchen als Buff. Also, wenn das kein atemberaubendes Gameplay gerade ist. Das war's für heute. Das war's für heute. Schächte wird man auf dem Boden, so schon sind sie fertig. Genau. Huch. So hat die eigentlich nicht. Na? Wenn man es dabei schafft, keine Treppen zu wasten, ist es umso besser. Ah, ich muss aufpassen. Boah, manchmal ist das mit der Klickerei so fummelig. Huch, warte. Hat der Slime... Okay, das ist cool. Der Slime hat einfach ein Heal für mich. Ich würde sagen, irgendwas muss man ja dann stattdessen haben. So. 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 Jetzt einen hinpacken und dann sollst du die benutzen. Was ist daran so schwierig? So. 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 Jetzt kriege ich sogar schon Treffer so ab, obwohl ich... ...und kann ihn nicht nutzen, weil ich zu wenig HP habe. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und eine Ebene muss ich jetzt so schaffen. Boom. Wow, Tomatensaat. So, darf ich wenigstens jetzt essen? Ja, ich darf wieder... Oh, God bless. Ich darf essen. Jetzt bin ich mir mal gespannt. So, diese... Diese ganze Schleimgeschichte... Also, ich habe heute angefangen, Slime Rancher zu spielen. Das ist tatsächlich gar nicht mehr... Also, das spielt tatsächlich ganz lustig. So, ist nicht komplett anspruchslos, aber halt auch trotzdem sehr, sehr chillig. Aber hier die Slimes züchten, ist halt leider komplett... Ja, sinnlos. So, ich habe jetzt Slime Rancher mit... Nein. Warum nicht? Weil ich das privat spiele. So, ich habe hier... Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt müssen wir noch so einen finden, dann hätten wir es geschafft Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Danach können wir Freunde sein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mumien sind auch nur extreme Bondage-Fans, ich glaube Mumien haben aber noch ein bisschen mehr hinter sich. So, wie sieht's aus mit dem Wein in zwei Tagen, okay. So, die Teebäume müssen jetzt fertig sein. Nächste Ernte jetzt. Okay, was hat den Baum gekillt? Okay, was hat den Baum gekillt? Okay, was hat den Baum gekillt? Leo hängt tatsächlich hier auf der Insel rum. Okay, was hat den Baum? Okay, was hat den Baum? Die Würmer sind hier viel zu selten. Erreiche Stufe 100 in einem Stück. Verschenke in einer Woche 50 geliebte Geschenke. Ja, nein, irgendwie nicht. Und wenn das die schwere Schädelhöhle freischaltet, frage ich mich, ob das auch die Dinos häufiger macht. Ich gehe mich da bei meinem Klopapier einlecken, um so möglich zu werden. Damit würde ich vielleicht warten, bis du wieder zu Hause bist. Nur so eine Empfehlung. Soll meine Eltern mich verrückt halten? Ist doch wohl besser als die Ärzte, oder? Ja, es ist nichts da. Also, es ist okay. Vor allem, man muss ja auch unbedingt diese Schlangenwirbelsäule an einen einzigen Ort packen. Es ging nicht, dass man das irgendwie an mehreren Orten finden kann. Ne, ich wollte nicht zum Dschungel. Lass uns das gucken, was auch sehr gut ist, die Brüllenha fröhlich ist, so wischen sie dich ist. Wchenken! Ich bin Awesome. Ich bin Spieler, die Brüllenhaar. Ich bin die Brüllenhaar. Lass mich mal mit dem Flüllenhaar. Ich bin so großartig. Ich bin das Pferd. Ich bin sehr Möbel. Ich bin hier im Rahmen von bei Brüllenhaar. Ich bin ein Natürliches Hast. Möbel, ich bin da auf dem Flüllenhaar. Ich bin natürlich sehr gut. Ich bin ein bisschen weiter. Ahhhhh! Pffft! Huuu! Gähde! Pffft! 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 Das war's für heute. So, Levi 100 müssen wir irgendwann dann im Laufe der Woche mal erreichen in der Schädelhöhle. Ach du Kacke. Keine Sorge, Levi 100 ist alles gut. Oh, ein Key Jam. Okay, das ist durchaus worth. Oh, ich glaube dann gehe ich vielleicht wirklich besser auf Kappenkuchen. Okay. 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 Das war's für heute. Da mal. Wäre dir nichts gegen noch so noch eine Infinity Seele, dass wir unser Schwert abmelden können. Mensch, ein Dino! Saatguterzeuger, danke für nichts. Jetzt machen wir hier Hard Mode an und dann bringt das auch nichts. Okay, dann versuchen wir so auch zu gingen, dass wir uns noch einen Dino spielen können. Der Dino ist für ein Spiel abgelenkt. Oh, das Wasser ist jetzt nicht so fertig. Dann kommen wir jetzt noch zur Seite. Oh Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das bringt auf jeden Fall gut Kiebelsteine hier zu farmen. Ich glaube, wir könnten dann versuchen, die Quest zu machen, mehr bekommen, als die Quest uns am Ende geben würde. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Weißt du, wenn diese Level 100 Runs nicht immer so glücksabhängig wären, fände ich es ja sogar gut. Jetzt ist es möglich, diesen Chat noch irgendwie zu verwundern, aber zu überraschen. Also Neuzugänge, ja. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, sehr gut. Noch in letzter Minute den Dino getötet. Hier findet neun Leute, die haben sich bereits bei Grausmehlfie vertrieben. Keine Ahnung. Nein, wir sind heute sehr glücklich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Irgendwas, was uns hilft im Moment Wow, wir haben sogar genau die Menge an Key-Edelsteinen, die wir benötigen für die Rezepte Die Schäuze Die Schäuze Das war's für heute. So, der 23., ich glaube, am 24. hat Willi Geburtstag. Genau. Ansonsten haben wir auch tatsächlich keinen unmittelbaren Bedarf mehr für Kie-Edelsteine. Ähm, base Treibholz können wir in den Teich werfen. Ist schon ein Power-Move-Mandern scheiner als die Rebellen zu bezeichnen, aber ja. So, ich glaube, es ist ein Power-Move-Move-Move-Move. So, ich will nicht wissen, wie viel radioaktives Zeug ich hier mit mir rumschleppe. Also, was für eine Strahlenbelastung mein Dude hier aushält. Und mein Ehepartner und mein Kind. Das Gebiet ist verseucht, natürlich. Ob ich mir da die Mühe mache? So, ich glaube, es ist ein Power-Move-Move-Move-Move. Wie ist das Kind, bin willkommen. Gleichgeschlechtliche Paare in Stardew Valley adoptieren. Oh, ja, sehr gut. Einfach sogar gleich zwei. Super. Dann können wir das Galaxie-Shirt jetzt in seine endgültige Form bringen. Ich bin schwanger am Männerabend, bitte nicht. Nee, muss nicht sein. Hallo Silhouetten-Tanz, willkommen zum Stream. Boah, so wie ihr gerade schreibt, musste ich gerade dran denken, wie Flan das redet. Aber ich weiß gar nicht, wie sie das im Deutschen gemacht haben. Und ich kann das generell, ich kann doch gar nicht, also, ich kann gar nicht so reden wie der. Aha, ihr seid also sexistisch. Nein. Ja, das ist so schön. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh nein, der arme Käfer. Das war's für heute. 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 Okay, so sind die Löcher bei mir eigentlich auch mal so kacke. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, ich hab's 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 für heute. Jetzt gibt's für heute. Jetzt gibt's für heute. Oh, ich hab's 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 für heute. Das war's für heute. Ich glaube zwar nicht, dass ich sie benötigen werde, aber... Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also dafür ist auch der Zufall gerade nicht auf unserer Seite. Und wir brauchen ja trotzdem auch noch einiges an Geld, also... Etwas über 7 Millionen müssen wir noch ranken. Für die goldene Uhr. Ne, ich rede schon über so eine große Uhr. Nix Rolex. Nix. 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 So, Willi hat heute Geburtstag. Hab ich was verpasst? Äh, du hast nichts verpasst. Was sagt der... ...Wahrsager? Geister sind heute neutral gesünd. Genau, wir haben jetzt die Möglichkeit, das Galaxie-Schwert zu machen, also das Infinity-Schwert. Sie ist queer! Danke für den Raid. Wir streamen grad Stardew Valley und sind da... Ja, wir werden uns heute nicht auf Perfektion bringen, aber wir sind gerade so ein bisschen in den letzten Zügen des Runs. Äh, so, pass auf, wir müssen auf die Insel. So, das Ding ist, die meisten von den Sachen, die wir jetzt noch warten, sind, äh, halt, sind halt, äh, zufallsbedingt. Gut, wir müssen auch Geld grinden, wir müssen auch noch 10 Millionen Gold. Aber ansonsten ist halt, wir brauchen hier ein Artefakt, was, äh, von den Würmern droppt. Wir müssen noch Dinos töten. Wir müssen noch zwei, drei Sachen kochen und verschiffen. Ja, wir haben jetzt hier wieder kein Glück. Gut, es ist auch die 100% zu kommen. Ja, ich muss auch sagen, das, das werde ich auch nur dieses eine Mal machen. Weil danach ist halt einfach... Es ist halt wirklich viel Checklisten abarbeiten. So, da haben wir auch kein Glück. Wir brauchen noch einen Hummer. Wir hatten... Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch schon einen hatten. Aber jetzt haben wir die... Jetzt haben wir das Schwert nicht genutzt. Moment. Wir müssen gleich nochmal zurück. Erstmal Diamant für Willi. So, damit ist der auch auf 10. Äh, haben wir Leo heute schon geschenkt? Also, beziehungsweise diese Woche, wie sieht's da aus? Leo kann noch ein Geschenk bekommen. Wie ist mit Mords? Mit ein paar. Aber nichts Grießiges. Also, hilfreich ist zum Beispiel dieser F1-Mod, dass man praktisch das Wiki... Weil es zumindest die wichtigsten Sachen halt im Spiel hat. Weil sonst müsste ich wieder 10 Wiki-Pages aufhaben. Und das finde ich im Stream halt ein bisschen... Fände ich das sehr störend. Nur, dass ich hier auf der Karte sehen kann, wo die NPCs sind. Jetzt bin ich Creative. Creative, bist du nicht derjenige, der dafür ist, dass alles Open Source sein sollte? Huch, jetzt bin ich gerade gegen das Mikro gekommen. So, jetzt sind wir nochmal auf die Ingwerinsel. Dann machen wir nämlich mal das Infinity-Schwert. Man sollte in jedem Spiel cheaten können, aber du hast was dagegen, wenn ich das mache. Verstehe ich das richtig. Oh, das ist richtig. mal interessant fände, wäre Stardew Valley Expanded, aber ja, das ist so wenn noch weit weg. Okay, wir müssen sogar echt dreimal schieben. Infinity Schwert! Juhu! Das ist natürlich jetzt für die Schädelhülle natürlich nochmal etwas praktischer. Ist Gas heute auf der Insel? Ne, Gas bleibt natürlich wieder. Also da warten wir noch drauf, wenn wir noch ein Rezept von ihm brauchen. Bei dir finde ich das sehr wertvoll. Bei allen anderen würde ich das voll sofort tun, nur bei dir nicht. Ah, immer diese Doppelmoral. Seht ihr, womit ich mich rumschlagen muss? Das kommt nach Stardew Valley. Ähm, wahrscheinlich werde ich gucken, dass der Stream-Slot erstmal frei bleibt. Damit ich, äh, damit ich ein bisschen flexibler, äh, für Minecraft bin. Vor allem wenn halt das halt auch nicht mehr so ganz reinhaut, wenn Donnerstag der Stream ausfallen muss. Weil Donnerstag sind öfter mal HGLG-Meetings. Zumindest im Bereich Gelben hier sein. Der Wünscht sich dahinter so ein eigenes Ja, kann ich durchaus empfehlen. Cretive, mach doch mal einen Bot von dir selber. Wenn sich jeder, äh, seinen, seinen Stream packen kann. Faktibli ist immer noch drin. Schleck! 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 Das war's für heute. Nein, ich werde das nicht tun. 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 Ich werde das nicht tun. Ob er will oder nicht. Das Kollektiv muss wachsen. Der Schwarm hungert. So, jetzt müssen es noch drei sein, die wir brauchen von den Dinos. Ich werde das nicht tun. Ich werde das nicht tun. Ich werde das nicht tun. Jetzt Regel 3 eigentlich vorliegen. Ich werde das nicht tun. 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 Nein, ich werde das nicht tun. Ja, ich werde das nicht tun. Ja. Ja. Das war's für heute. Danke für den Raid. 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 So, einfach bei der Arbeit um 2 Uhr nachts draußen einschlafen. So, am 26. ist das ist das ist das ist das Mario-Geburtstag. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo habe ich das Straußenei? Dann haben wir das Dino-Ei. Wo ist das Straußenei? Dann haben wir das Dino-Ei. Wieso besitze ich 0 Straußeneier? Ich hatte doch schon... Wir haben doch letzten Stream 1 bekommen. Ach Leute. Wir hatten eins... Wir hatten glaube ich aus der... Wir hatten das eine, ob ich aus der Dings bekomme, aus der... Ne. Ne, hatten wir nicht. Wir haben es aus dem Schatzding bekommen. Also ich habe mich anscheinend das Gefühl, dass Items einfach verschwinden. Das finde ich gerade echt nicht cool. Muss ich wirklich sagen. Das Ding ist, wo kriege ich denn jetzt ein neues her? Volcano Dungeon Rare Chests. Also auch wieder RNG hoch 10. Mit einer Chance von 1 zu 9. Das Ding ist ja nicht versehentlich... Wenn ich es versehentlich in die Shippingbox getan hätte, da würde es ja wenigstens für das Ziel gezählt. Aber er zeigt mir auch an, dass ich das gar nicht mehr besitze. Ich bin ja nicht zu sagen. Ich überlege gerade, ob die Mods auch Sachen erfasst, die hier drin, also in den Füllschränken sind oder auf der Ingwerinsel. Oh ja! Ich bin der Freude, die andere, die in den Füllschränken sind. Warte mal, die Peppa Rexes können, gibt es wirklich nicht woanders, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wer geht alles auf die Insel? Natürlich nicht Gas. Okay, wer geht alles auf die Insel? 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 Ach du Scheiße, wie viele Mumien! Oh ja, sehr gut! Okay, dafür das ist das Spiel aus irgendeinem Grund die... Ja, super! Protector of the Valley! Und damit ist mir die Schädelhöhle auch ab jetzt egal! Das heißt, wir können jetzt jeden Tag den Vulkan-Dungeon machen! Also dafür, dass das Spiel dann das Ei weggenommen hat, was auch schon blöd ist, kommt es uns wenigstens an einer anderen Stelle entgegen. Wir sind die Schädelhöhle über den Im Januar 5.0% Im Januar 6.0i Im Januar 5.0i 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 So, ich kaufe aber gleich noch ein paar Clubports. So, ich kaufe aber gleich noch ein paar Clubarten. So, hier ist die Feenrose. Die müssen wir einmal liefern. So, dann gehen wir zu Billy. So, morgen war Leos Geburtstag. Dann haben wir ihn auch auf 10. Wahrscheinlich kriegen wir genau dann das Rezept für den, äh, für den, ähm, ne, für den, äh, Inkubator, für das Straußenei. Jetzt, wo wir es nicht mehr haben. Wenn wir jetzt, oder haben wir, ne, ne, wir haben es nicht gecraftet, wir haben das Teil nicht gecraftet. Ne, Straßenbrotkasten haben wir noch nicht. So, dann gehen wir. Ich wollte ihm nicht den Köder schenken, wobei ich es ein bisschen erstaunlich finde, dass, äh, dass Vincent sich nicht denkt, so, oh, cool. So, Gas hängt immer noch hier. So, dann gehen wir. Das war's für heute. So, wir rennen einfach durch. So, was sagt er zum Thema Rare Chests? So, Transform Rare Chests ist höher und so nennt es Lore, das schaffen wir. So, wenn sie sich ihr in dieael, dann müssen sie sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 So, hier gab es nichts mehr, ne? So, hier gab es nichts mehr, ne? So, hier gab es nichts mehr, ne? Warum abonniert ihr euch selbst? Ja, wem sollte denn Tiger sonst sein Prime-Abo geben? So, hier gibt es viel Geld. die ja mit bekommt bekommt er bei mich mit so da ist so eine rare chest streamer lag so wir werden dieses ei jetzt irgendwo ablegen und dann kann auch keiner mehr behauptet also wenn es dann noch mal verschwindet dann kann mir das keiner erzählen so wir benötigen es theoretisch nur zu liefern aber ich will auf jeden fall auch ein strauß zu haben das wird eine quelle an straßen eiern haben so 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 jetzt sehen wir doch vielleicht wie viele uralte früchte früchte wir hier pro Woche rauskriegen so 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 Ja, fast 600 Ancient Foods pro Woche, das ist schon, das ist schon gut. Das dürfte auch mehr sein, als wir verbrauchen können. Ich weiß es drauf will, wir hatten jetzt den ganzen Stream über noch keinen einzigen Wurm hier am Strand. So, das Straußenei packen wir hier mit rein. Okay. 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 So, Leo ist auf 10. Okay. 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 Please ! And, just to see my turn here. Gars, wann gehst du denn jetzt mal rüber und machst die Bar? Es fehlt uns dann nur noch dieses eine Rezept. So, Pierre. Brüding, 26. Oh, ja. Ganz ehrlich, wir sind aber jetzt auch an einem Punkt. Wann hat uns eine Frau Geburtstag? Winter, 7. Okay, wir fangen jetzt an, die Universalgeschenke zu verteilen. Also, Pierre ist jetzt auf der Insel, ne? Ja, das ist ja, das ist. Ja, das ist ja, das ist. So, wo ist das? Wo ist Hummerbisk? Krabbenkuchen Wo soll das sein? Hummerbisk da Krabbenkuchen 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 So, wir haben jetzt noch ein paar Crafting Rezepte Krabbenkuchen Schwerer Zapfhahn Der Hopper So, ich hab doch noch zwei Rezepte gekauft Ich hab doch noch zwei Rezepte gekauft. Welche war das denn? E-Gem Hyperspeed Grow und Deluxe... Okay, ja, warte. Die müssen dann hier sein, Deluxe-Dünger, Iridium-Harz und Waren und E-40. Boah. So, Hyperspeed-Sücht. Und dann hier der und der. So, was fehlt uns denn da noch beim Craften? Craften. So, was ist das? So, was ist das? So, wir machen mal ein paar radioaktive Barren jetzt. Wir brauchen jetzt wirklich nichts damit zu Craften eigentlich. 4500. 4500. Ich frage mich jetzt wirklich, was fehlt mir an Crafting-Rezepten? Hab ich. Hab ich. Hab ich. Hab ich. Hab ich auch. Ah, das ist, glaub ich, äh... Also, falls ihr unter Epilepsie oder so leidet, vielleicht besser gerade weggucken. Webstuhl, Ölpresse, der Wurmeimer, den haben wir noch nicht gecraftet. Eisenbahnenfasern, glaub ich, äh, okay. So, was fehlt uns noch? Äh, ja, klar, die, äh, das, äh, Straußending. Was ist das alles? Oh, das war falsch. Das war schlecht. Saal. Ah, das war total. Boah. 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 Das war's für heute. So, 88%. Hergestellt Rezepte 94%. Was fehlt uns denn noch? Als Kauchrezept fehlt uns ja nur das eine. Saatguterzeuger, Käsepresse, Steinschild, Holzschild. Baumdünger haben wir definitiv hergestellt. Treppen, Hydrogel, Qualitätsdünger, Trinker, Mini-Jokebox, Crystallarium. Ah, die Umwandungsdinger haben wir auch gemacht. Ich dachte, die hätte ich vielleicht übersprungen. Na. Die Totems habe ich alle einmal hergestellt. Das Kochset, Müsliriegel, Kürbisalterne. Bilder, Köder. Dann gibt es noch Craftingrezepte, die uns fehlen. Unser Spiel sagt uns natürlich nicht, welche das sind. Ich glaube, diese Marmor-Geschichte. Wir sind mir ziemlich sicher, dass uns die noch fehlt. Weil die wäre wahrscheinlich Steinfeuerschale. Es gibt 130 Craftingrezepte. Wenn wir erst bei 94% sind, dann fehlen uns ein paar. So, mal gucken, Crafting. Okay, das ist beim Wiki sogar sehr gut gemacht. Okay, ich sehe, was uns fehlt. Nämlich die ganzen Feuerstellen. Ah, okay, und die müssen wir bei Robin kaufen. Okay. Okay. Was, Feuerschale? Warte, sind die an unterschiedlichen Tagen? Okay, nee, ich muss nur... Wie bescheid ist das denn? Man muss es zumachen und dann wieder auf. Aber man muss nicht warten. Das ist ja richtig dumm. So, und hier kommt... Weinschaftszerbesserung ist... Abkürzung im Tal für 300.000. Die brauche ich aber jetzt auch nicht mehr. Haben die zwei irgendwas Interessantes zu sagen zu legen? Wenn immer du einen Fisch fängst, nimm dir einen Zeit... Im Moment Zeit, um ihn für sein Opfer zu danken. Pokémon ist ein... Oh ja, das hab... Das hab ich... Ich hab ja nur Pokémon Sonne richtig gespielt. Also das ist doch das einzige Pokémon, was ich selber besitze. Aber ich hab mir gedacht, Alter, was ist das für... Was ist das bitte für ein UI-Design, wenn du... Du hebst Bären auf. Da sind noch mehr Bären. Willst du die... Ne, willst du die Bäre aufheben? Ja, nein. Okay, du hast die Bäre aufgehoben. Da sind noch mehr Bären. Willst du die Bäre aufheben? Ja, nein. Ist das alles, was wir mal spielen? Mit Moss. Ähm, ich hab ein paar Mods drin, zum Beispiel, dass ich die auf der Karte sehen kann. Hier, dass ich mehr Rucksack-Upgrades habe. Also ich könnte hier natürlich noch eins holen. Die werden halt ein bisschen sehr teuer später. Und, äh, dass ich halt diesen... Wenn ich F1 drücke, dass ich dann sowas hier habe. Dann kann ich auch sehen, wofür ich die ganzen Sachen brauche. Also im Prinzip eine Alternative zum Wiki. Was ich halt mit dem Stream wesentlich angenehmer fand. So. Holzfeuerschale, unheimliche Statue, Steinfeuerschale, Goldfeuerschale. So. Glätt, Fass. So, dann brauchen wir noch das Gold. Und Marmor und Aquamarine. Aquamarine. Marmor. So, und dann dürfte uns streng genommen nur noch eins fehlen. Und zwar der, äh, das Straußen-Ding. Wenn wir jetzt noch das Rezept bekommen, dann haben wir heute alle Crafting-Rezepte durch. Jetzt gibt es alles im Hauptspiel. Äh, ja, die, das Update 1.5 hat die Konsolen-Version zufällig, ich weiß bis heute nicht. Deswegen fehlt euch die Ingwer-Insel. Und halt alles, was damit dazu kam. So, das ist in 5 Stunden, das ist in 4 Tagen. Oh, das Switch gibt es die Ingwer-Insel. Okay. Habt ihr jetzt... Er hat 1.5. Ja, gut. Aber ich glaube, ihr habt es deutlich später bekommen, ne? So, wo kriegen wir jetzt das Rezept für den, äh... Den Straußen-Inkubator. Professor... Ja, wir kriegen es nicht von Leo, wir kriegen es von Professor Snell, wenn wir die... Wenn wir das... Dafür brauchen wir aber natürlich... Glück mit den Würmern. Perfektion. Das heißt... Ja, also Perfektion... Ich glaube, das werde ich nicht nochmal machen. Einmal reicht. Weil dann hat man auch alles gesehen. Also heute habe ich echt Screamer-Luck. Das kann man nicht anders sagen. Dann haben wir nämlich jetzt auch alle goldenen Walnüsse. Also dafür, dass wir heute richtig viel Sky-Kaiwan grinden mussten, habe ich echt Screamer-Luck jetzt einmal mit dem Ei. Gut, das hatten wir ja sowieso schon mal. Und jetzt halt mit dem Schlangenwirbel. Also ich habe eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben. Aha, Dream-Luck. Tja, vielleicht. So, weil dann kriegen wir nämlich jetzt von ihm auch das Rezept. Muss jetzt von vorne anfangen. Nein. Wie weit wir gekommen sind, Brad. Du hast die ganze Zeit hier drinnen gehangen. So, Strauß im Brutkasten. So, damit haben wir jetzt offiziell alle Walnüsse. Fehlt ja echt nicht mehr viel. Dann fehlt noch ein Kochrezept. Und wir müssen halt Geld grinden. Was aber, glaube ich, jetzt auch nicht ultralange dauern dürfte, weil wir halt eigentlich wirklich nur noch Wein produzieren müssen. Und wir müssen halt jetzt nicht mehr täglich die Ingwerinsel besuchen. So, Strauß im Brutkasten. So, Strauß im Brutkasten. God bless, das hat funktioniert. So, da ist das Straußenei. Genau, wir müssen noch ein paar Items shippen, das stimmt. Aber das sollte auch nehmen. Achso, das muss in einem Stall. Hat der Stall überhaupt noch Kapazität? Das ist doch zehn, boah, zehn Tage. Äh, wie viele Tiere haben wir hier draußen? Fünf, sechs. Okay, jetzt eins ist jetzt reingegangen. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch Platz im, äh, hier drin haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Hier könnte gerade so hinhauen. Also ohne, dass ich ein Tier wegschicken muss. So, ein großes weißes Ei ist jetzt aber noch nicht dabei gewesen, oder? Nö. Ich meine, die, 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 die Hasenbroten sage ich jetzt nicht nein. Sieht auch nicht aus, als würde sich Gas heute zu, äh, äh, zum, zur Insel bequemen. Dann werden wir gerade nochmal Pierre und, äh, Caroline besuchen. Ohne Panda fragt ja auch niemand, wo Pferd ist. So, und wir haben... Wir haben ansonsten alle Aufrufmaximum jetzt, ne? Pierre und Caroline, die einzigen, die fehlen. Ich habe jetzt nochmal Pullover gearbeitet, ne,lage in einer Hand die Höhe. Ok, wir brauchen noch 10 Minuten. Hoch. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir benötigen keinen Monstermonsters mehr Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, dann haben wir nämlich auch direkt Platz im Inventar. Jetzt, wo wir ihn nicht mehr benötigen. Jetzt, wo wir ihn nicht mehr benötigen. Ja, einfach an die Kiste schmeißen, ja, das wäre schon geil. Jetzt, wo wir ihn nicht mehr benötigen. Jetzt, wo wir ihn nicht mehr benötigen. Okay, okay. Das ist ja auch so ein Ding. Wäre schon lustig, wenn die Preise halt gerade nicht so stabil wären. Und man dann halt auch unter Umständen jedes Jahr seine Sachen ändern muss. Boah, wir haben auch so viele Erdbeeren hier. Ich bin gespannt, was heute Nacht auf der Abrechnung steht. Was sagt denn der Perfection Tracker? Ja. 88 Prozent immer noch. Aber uns fehlt nur noch ein Kochrezept. Wir müssen noch zwei Freunde und wir brauchen die goldene Uhr und wir müssen noch zwei Sachen verschiffen. Also ist halt echt nicht mehr viel. Ja, das ist das Einzige, was wir nicht gekocht haben. So, geht heute irgendwer auf... Nein, natürlich nicht. Garst, du darfst gerne mal auf die Ingwerinsel gehen. So, aber bei aller Liebe, das mit dem Moon... Auf die Moonlight Jannys warte ich jetzt nicht mehr. Es ist Mitternacht. Ah, hier ist noch eine Sache, auf die wir verticken können. Okay. Aber den Rest werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Stream tun. Und da werde ich wahrscheinlich dann auch sagen, wir hören nicht auf, bis wir Perfektion haben. Joa, nicht übel. Anyway, ich danke fürs dabei sein und wir beenden mit dem Outro, dieses Mal sogar mit Ton. Okay. Genau. Genau. Ja. Genau. Ja. Miss tarde. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020